Bhagavad Gita, Vers 4.26 Einige opfern den Vorgang des Hörens und die Sinne im Feuer des kontrollierten Geistes und andere bringen die Sinnesobjekte, wie zum Beispiel Klang, im Opferfeuer dar. Erklärung Die vier Stufen des spirituellen Lebens, nämlich Brahmadjari, Krihasta, Vana Prasta und Sannyasi, sind dazu bestimmt, den Menschen zu helfen, vollkommene Yogis bzw. Transcendentalisten zu werden. Weil das menschliche Leben nicht dazu bestimmt ist, wie die Tiere Sinnesbefriedigung zu genießen, sind die vier Stufen des menschlichen Lebens so eingerichtet, dass man im spirituellen Leben die Vollkommenheit erreichen kann. Die Brahmadjaris, das heißt die Schüler unter der Obhut eines echten geistigen Meisters, kontrollieren den Geist, indem sie sich von Sinnesbefriedigung fernhalten. Sie werden in diesem Vers als diejenigen erwähnt, die den Vorgang des Hörens und die Sinne im Feuer des kontrollierten Geistes opfern. Ein Brahmadjari hört nur Worte, die mit Krishna-Bewusstsein in Verbindung stehen. Hören ist das grundlegende Prinzip des Verstehens und daher beschäftigt sich der reine Brahmadjari völlig im Harer-Namanu-Kirtanam, im Chanten und Hören von den Herrlichkeiten des Herrn. Er hält sich von materiellen Klangschwingungen fern und ist ständig damit beschäftigt, die transzendentale Klangschwingung von Hare Krishna, Hare Krishna zu hören. In ähnlicher Weise führen die Haushälter, die eine gewisse Erlaubnis zur Sinnesbefriedigung haben, solche Handlungen mit großer Einschränkung aus. Sexualität, Berauschung und Fleischessen sind allgemeine Tendenzen in der menschlichen Gesellschaft. Doch ein regulierter Haushälter gibt sich nicht einem zügellosen Geschlechtsleben und anderer Sinnesbefriedigung hin. Heirat, die auf den Prinzipien des religiösen Lebens beruht, ist deshalb in jeder zivilisierten menschlichen Gesellschaft notwendig, da dies der Weg zur gezügelter Sexualität ist. Diese gezügelte, unangehaftete Sexualität ist auch eine Form von Yagya, denn der regulierte Haushälter opfert sein allgemeines Verlangen nach Sinnesbefriedigung für ein höheres, transzendentales Leben. Ausatmen 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 Vielen Dank.